Ich freue mich, bei dieser Gelegenheit Herrn Josef Klapphake da oben willkommen zu heißen. Das sind seine großartigen Blutströme der letzten 20 Jahre, die mit dieser Großmutter verbunden sind. Herzlich willkommen! Und nun ein frisches Felddienst mit diesem vierjährigen Youngster, Vivaldi. Da sieht man schon hier im ganzen Bewegungshabitus, kommt wieder zu Worte mit Katalog Nummer 15, diesem jungen Fuchs, laut Zinkler, dann unser PSI-Rekordler Capri Bond Romadour 2. Viel Vergnügen mit unserer Pia im Sattel. Ja, Felddienst zeigt sich heute in einer anderen Farbe, ist geschoren, sonst ist es richtiger Dunkelfuchs. Herrliche Ausstrahlung dieser Youngster, der hier von Pia vorgestellt wird. Wir haben schon einige Vollbrüder gehabt zu ihm, die alle sehr gut eingeschlagen, sind und erfolgreich im Sport laufen. Sehr gut so, so ist er schön. Prima. Sehr gut, so gehen wir auf den Mittelzirkel. So, mal ruhig und dann galoppierst du in Ruhe an. So. Prima. Und eine ganz, ganz gut ausbalancierte Galoppade, tief unter den Schwerpunkt springend. Gut, so Pia. Der Bass war den Handwechsel. Handwechsel. Noch ein richtiger Youngster dieser Felddienst. Und dann mal den Linkskalopp entwickeln. Geben wir auf den Zirkel. So, ist gut. Sehr sicheres Angaloppieren. Gut, so. Prima. Dann gehst du mal auf den Mittelzirkel. Und mal die Zügel ein bisschen länger lassen noch wieder. Auch der Linkskalopp von ganz großer Güte. Prima. Dann Übergang zum Trab. Und den Schritt über die Mittel, die dir zeigen. So, lobt ihn mal schön. Sich akklimatisiert. Ist noch ein bisschen schüchtern im Ganzen. Gut, so. Dann nimmst du die Zügel wieder auf. Gehst auf die rechte Hand. Und dann kannst du deinen Vortrag beenden. Das sollte nur ein ganz kleiner Eindruck sein von den Trainingseindrücken, die wir haben. Wir können hier natürlich auch unserer Reiterinnen und Reiter viel Auskunft geben über den Werdegang der einzelnen Pferde, Trainingseindrücke und so weiter und so weiter. Wir haben alle Informationen da. Sehr gut. Fängt schön an durchzuschwingen. Sehr gut so.